Norddeutscher Rundfunk Ja, sonst nimmt es auf. Das wäre eine böse Bussage, die wir killen können. Und checken. Wofür du bist? Wo bist du? Wie ist das? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Oh, was ist das denn? Da, 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 da. Das ist ja so. Jetzt kann ich mir einfach ein bisschen helfen. Ist es wirklich? Wir müssen jetzt einfach mal schauen, dass der Träger verhält. Ja, das läuft jetzt gut. Hat er alles zu checken? Ja, das geht alles. Ja. Hast du den Träger noch im Griff? Ein Schlüssel wäre im roten Kissen. Ja. Es ist leicht zu beissen. Ist gut. Ja. Das ist etwas neben der anderen Träger. Noch ein bisschen mehr. Das Bild ist bis jetzt sensationell. Steht er an? Ja, jetzt ist er da drin. Ja. Ist gut. Das ist nicht schlecht. Es sinkt schon. Ja, ja. Sonst habe ich heute Abend hier in der Tür fliegen, dass man schauen kann, wie der Träger funktioniert. Jetzt habe ich keinen Druck mehr. Der Fläger kommt wieder. Ja. 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 Du bist irgendwie auf Kassel los da. Du bist irgendwie auf Kassel los da. Du bist schon lange auf dem Weg für ihr Schloss. Du bist schon lange auf dem Weg für ihr Schloss. Du bist schon ziemlich schnell so da. Ja. Ja. Ja so. Siehst du ihn? Ja. Ich gehe dann nicht zu tief. Ja. Ich weiss nicht wie tief das ist. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich jetzt die Zorientierung verlassen. Ja. Dann gehen wir mal etwas hoch. Jetzt kannst du rechts ziehen. Siehst du das? Ja. Ja. Jetzt kannst du alles gerade lassen lassen. Dann kannst du noch ganz schnell rechts ziehen kommen. Und dann wo komme ich hin? Direkt auf uns zu. Aha. Ja. Ja. Jetzt kannst du noch mal sehen. Ja. Der Drecker zeigt vielleicht wenigstens recht genau nach. Jetzt ist er hinter dem Baum. Da kommt wieder die Züge hin. Schau hier vorne. Ist gut? Jetzt kann ich richtig festen. Ja. Der Bildstörer ist wie ein Sal. Der Drecker ist ... Der Drecker ist recht schnell. Ja. Jetzt kann ich richtig flatt bringen. Das ist schön. Das sind die Hörungen, die da gehen können. Das Bild ist genial. Ich sehe die Höhe nicht. Ich kann es nicht lesen. Und die Füße mehr. Ja, die Gange höher. Ich habe etwa 300 Meter Sicherheit einfach. Jetzt kann ich Pflanz hängen. Ja. Ja, jetzt kann ich den Fussbauplatz da unten. Das ist in der Wald, in der Abdeckung. Ja. Die Zögerchen da, weißt du. Vielleicht können wir das schön machen. Ja. Dann müssen wir vielleicht gleich noch mal auf, und dann müssen wir es probieren. Für die Störungen, die sind einfach schon extrem. Ich kann jetzt noch etwas hoch. Ja, gut. Ich kann es schon mit einer langen Antenne versuchen. Ich kann es schon mit einer langen Antenne versuchen. Ich kann es schon mit einer langen Antenne versuchen. Ich kann es schon mit einer langen Antenne versuchen. Ja. 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 Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr machen. Ja, es ist knapp viel. Und jetzt ist es wegzubilden. Es wird das auch runter drücken. Nein, siehst du irgendwie, dass es kommt? Ja, genau. Sie kommen zurück. Aber jetzt kommt das Bild wieder gut. Ich tippe es klar, es geht weiter. Jetzt ist es so, dass wir nicht gewinnen. Ich war noch nicht, wo wir sind, aber ich komme auf den Autos. Ja, die Distanz zu holen. 500 Meter, jetzt komme ich hier über Sie. Nein, nein, 2,8 Kilometer bist du weg. Das zeigt, also das zeigt dir auch, 2,8 Kilometer. Jetzt komme ich hier Richtung Wald, Richtung Träte. Aber wir zeigen dir hier 2,8 Kilometer Futter. Gut. 2,8 Kilometer, 5 Kilometer. 1 Meter Jetzt drehen wir Nein, da ist nichts Jetzt komme ich über uns Hier oben sind wir? Ja, jetzt sehe ich sie Ah ja, da ist er Da oben ist er Kommt schnell Ja, ja Dann drehen wir ihn auch nach Jetzt sollte er noch etwas hoch Mit der Antenne Aber es kommt gut Jetzt drehen wir ihn schön Ja, ja Ja, drehen wir ihn schön Das Ding ist etwas schräg Aber das macht nichts Dann kommt er Können wir noch helfen? Bei meiner Kahn Ja, es ist kein Aber der Kahn geht immer noch 2,8 Kilometer weg Ja, da muss ich auch noch Ah ja, klar Ja, das ist irgendwie Megabyte Ha 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 Dann landest du nicht auf dem Gewinn, gell? Muss mich umdrehen Ja Ja Ich glaube gut nicht Du kommst auch bis auf dem Engel Ich stehe Gut, Alter Dann muss ich noch mal sagen Aber wir müssen schauen Dann kann ich richtig Pärchen, gell? Juuu Ah, Drecke geht super Jetzt siehst du dir Jetzt siehst du die Fogelgevorder Ha 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 Er ist schon durch Du hast so orange gegen dich Spritzen Das ist nicht die dümmste Idee Nein, das ist Das ist sehr gut Ja, das ist sehr gut Das ist sehr gut Wir denken sie Dann bist immer noch viel zu hoch Ja, jetzt kannst du runter Flaps und dann runter Wohl Flaps, jetzt komm Erst schon Jetzt kommt sie gut Jetzt kannst du schon anziehen Ohииii Schön Also Es geht weiter